So, frisch rasiert für YouTube. Für euch alle und für mich natürlich auch. Ich habe hier gerade einen Blick gelesen. Erni Berni Ecclson ist nicht mehr Form 1-Direktor. Oder Form 1-Leiter. Er ist nur noch Ehrendirektor von Form 1. Und die ganze Leitung von Form 1 hat er abgegeben. Aber wenn man es gegeben hat, weiss ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall nur Form 1-Leiter. Und ich habe jetzt schnell weisse Zähne. Also schnell weiss wie der Schnee. Weiss wie der Schwan würde gehen lassen. Und ich habe jetzt nicht mehr Form 1-Leiter. 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 Ich habe jetzt nicht mehr Form 1-Leiter.